Wir müssen jetzt erstmal den Sicherheitsabstand einhalten, damit auch wirklich nichts passiert. Gut, das sind jetzt zwei Meter, das müsste fassen. Ja, jetzt einfach mal die Schere in die Hand nehmen. So? Genau, richtig, genau so. Jetzt kennt ihr euch einfach mal die Haare durch. Erstmal. Ja, richtig. Und jetzt die Schere nehmen. Diese? Genau, richtig, genau diese. Und die Spitzen schneiden. Ja, das sieht doch super aus. So machen wir das jetzt weiter. Sagen Sie, wie ich fertig bin? Ja, das müssen Sie schon selbst entscheiden, wie kurz Sie Ihre Haare schneiden. Ah, okay.